Liebe Elektronikfreunde, heute zeige ich euch die Reparatur einer solchen Platine hier, wie sie in verschiedenen Heiz- und Klimageräten verwendet wird. Bei dieser Platine hier handelt es sich um eine Steuerungsplatine einer Heiz- und Klimaanlage der Marke Robin Air. Diese Platine ist auch in vielen anderen vergleichbaren Geräten eines anderen Herstellers drin. Also wenn euch die Platine hier optisch in etwa gleich auffällig vorkommt, dann seid ihr bei dem Video hier genau richtig. Denn auch die Fehler bei diesen Platinen sind, ich will nicht sagen, fast immer die gleichen, aber sehr identisch. Denn hier kommt es häufig zu Ausfällen bei diesen Platinen, die Anzeige funktioniert nicht richtig, das Ding hängt sich auf, Klimaanlage schaltet nicht ein, Klimaanlage lässt sich nicht bedienen, heizt nur noch, kühlt nur noch. Oder ihr habt eine Fehlermeldung, kann die nämlich hier auch rausgeben. Die Ursache dafür ist eigentlich nach meiner Erfahrung immer die gleiche. Und ich habe von diesen Platinen in den letzten drei, vier Jahren, ich glaube so um die 100, 120 Stück schon repariert. Auch diese Baugleichen, die ähnlich aussehen, da ist nämlich hier an einer Stelle, hier sieht man es sehr deutlich, da ist ein Kondensator geplatzt, ein sogenannter Tantal-Kondensator. Und die werden im Laufe der Jahre anscheinend alt oder trocknen aus oder wie auch immer und dann kommt es zu Fehlfunktionen. Um die Platine wieder zu reparieren, müsst ihr im Prinzip diese Kondensatoren, wo der hier drei Stück von hat, alle drei tauschen. Ich blende euch hier an dieser Stelle mal ein Bild ein, wo ihr diese Platine hier seht. Und da habe ich euch dann die Stellen beschriftet und auch reingeschrieben, welche Werte da reinkommen. Bei diesem Kondensator hier, da ist das so, ich halte den mal so ein bisschen in die Kamera, da an der Stelle, wo mein Finger ist. Da sieht man natürlich schon ganz deutlich, da ist es so schlimm, der ist schon verbrannt. Die Platine hier ist mit einem Qualmen und Stinken mehr oder weniger ausgefallen und da hat es die Sicherung rausgehauen und dann hat das Ding nicht mehr funktioniert. Wir gehen jetzt hin, tauschen diese Kondensatoren. In der Videobeschreibung hier findet ihr auch die Ersatzteile dazu. Wenn ihr also noch nicht wisst, wo ihr die Dinger herbekommt, könnt ihr da mal reinklicken. Da handelt es sich nämlich hier um solche Elektrolyt-Kondensatoren. Da mache ich jetzt einen anderen Typ rein, den kann man dafür nehmen. Das sind im Prinzip 10 Mikrofarad-Kondensatoren und die müssen da einfach nur eingelötet werden und dann läuft das Ganze wieder. Das heißt also, wir nehmen Lötkolben und wenn man jetzt nicht so gut ausgestattet ist als Hobbybastler, dann kann man auch hingehen ohne Entlötglitze arbeiten. Da kann man hier bei diesem normalen Platinenmaterial einfach jetzt hier den Lötkolben von unten an dieses Bauteil dran halten, sodass die Beinchen hier, also die Lötpads, wo die Beinchen drin sitzen, ein bisschen erwärmt werden. Und dann schmilzt das Lötzinn und dann kann man eigentlich mit einem beherzten Zug, so wie ich das jetzt gemacht habe, hier dieses Bauteil rausholen. Ja, der ist hier geplatzt und ich hole jetzt hier die anderen Bauteile auch noch raus und dann machen wir neue rein und dann zeige ich euch auch, dass das Ganze erfolgreich war. Wenn man die neuen einbaut, bitte auch darauf achten, auf der Platine ist eine Markierung, da steht ja unter anderem dann so ein Buchstabe C22C26 und da ist an einer Stelle ein Pluszeichen, heißt also da muss auch dann der Pluspol von dem neuen Bauteil eingebaut werden. Man kann diese alten defekten Kondensatoren, auch wenn man möchte, gerne mal überprüfen. Das kann man hier mit einem sogenannten Kapazitätsmessgerät machen. Manche Multimeter haben diese Funktion auch integriert. Ich habe hier ein extra Messgerät und das hat hier zwei Anschlussklemmen. Und dann kann man die hier mehr oder weniger direkt an den Kondensator anschließen. Der ist auch mit Plus und Minus beschriftet. Da kann man dann die rote an Plus und die schwarze an Minus von dem Kondensator machen. Und da kann man die hier dran legen. Und dann sehen wir jetzt hier bei diesem Kondensator, dass der jetzt in Ordnung wäre. Der hat also die erforderlichen 10 Mikrofarad. Ja, jetzt nehme ich mal hier den kaputten Kondensator. Dann schließen wir den mal an. Und da sieht man natürlich ganz deutlich, dass der nur noch 0,5 Mikrofarad hat. Also der ist kaputt und muss getauscht werden. Können wir uns nochmal den dritten hier angucken. Den halte ich auch mal dran. Ja, und da sieht man nichts. Der ist auch kaputt. Sind also zwei Stück kaputt. Der eine hier ist verbrannt. Ja, und der hier, der sieht zwar noch ganz aus, der ist aber kaputt. Führt aber zum Ausfall dieser Platine. Bevor ich jetzt die neuen Kondensatoren einbaue, gehe ich noch hin mit einer solchen Entlötpumpe. Und mache mir hier diese Löcher von den Lötpads ein bisschen vom Lötzinn frei. Da kann man die neuen Kondensatoren leichter da reinstecken. Nachdem es die Lötpads vom restlichen Lötzinn befreit sind, nimmt man hier diese neuen Kondensatoren. Ja, und steckt sie dann natürlich polrichtig hier in die Löcher rein. Bei diesem hier ist das so, da ist der Minuspol beschriftet. Da hat er so einen Streifen. Heißt also, die Seite, wo kein Streifen ist, die steckt man dann an die Stelle rein, wo man dann hier dieses Plus-Symbol sieht. Vergesst nicht, an dieser Stelle meinen YouTube-Channel zu abonnieren. Ich habe hier bereits schon eine Menge Videos zu solchen elektronischen Geräten gemacht. Ich werde demnächst hier an dieser Stelle häufiger mal solche Videos veröffentlichen, wo ich solche Steuerhausplatinen von zum Beispiel Waschmaschinen, Trocknern, Heizungssteueranlagen oder auch von solchen älteren Klimaanlagen, wo man diese Platinen nicht mehr bekommt, reparieren werde. Bei vielen dieser Platinen gibt es nämlich Standardfehler, die man genauso wie hier die Sache mit den Kondensatoren in wenigen Minuten für wenige Cent mehr oder weniger schon reparieren kann. Kondensatoren sind jetzt alle drin. Und jetzt gehen wir nur noch hin und löten die von der Rückseite fest, kneifen die Drähtchen ab und dann sind wir schon fertig. Zum guten Schluss knallt man jetzt hier noch die Drähtchen ab. Das macht man am besten hier mit so einem Elektronikseitenschneider, weil mit einem herkömmlichen Elektroseitenschneider geht das nicht gut. Da wird meistens hier dieses Lötpad mit beschädigt, weil der hier nicht so eine flache Abkneifkante hat. Und dann hat man hier auch noch ein bisschen immer die Drähtchen überstehen. Das sieht in der Regel unschön aus. Ja, und fertig sind wir. Jetzt machen wir natürlich noch einen Funktionstest. Dann schalten wir das Ganze jetzt mal ein und gucken, ob alles wieder funktioniert. Ja, und da sieht man direkt, die Uhrzeit geht an. Da sieht man jetzt hier ein Programm, was der aufruft. Ja, also die Platine, die ist hier auf jeden Fall wieder in Funktion. So einfach und so schnell ist der Fehler repariert. Die Bauteile kosten weniger als einen Euro und die Arbeitszeit ist, ich sage jetzt mal, irgendwo fünf bis zehn Minuten. Wenn man flott ist, dann hat man so eine Platine wieder repariert und kann dann natürlich so ein teures Klima- oder Heizungsgerät, was man eigentlich sonst hätte in den Schrott schmeißen können, im Prinzip wieder verwenden. Und die ganze Sache, die ist auch dauerhaft. Und die Kondensatoren, die ich da eingebaut habe, die sind auch von einer etwas besseren Qualität. Heißt also, in meinen Augen wird dieses Ding in unserem Leben nicht mehr kaputt gehen. Leute, ich danke fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, hier bei meinem YouTube-Channel. Vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.